Ich habe mir da ein bisschen Gemüse hergerichtet und habe mir gedacht, wir machen eine Ratatouille-Bolognese. Das ist ein Tomaten-Paprika-Zucchini-Melanzani-Gemüse, das tomatisiert wird. Und wir werden noch ein bisschen Fleisch dazu tun, weil ich weiß, du hast da gerne Fleisch ein bisschen. Und ich würde sagen, jetzt starten wir gleich durch mit einer kleinen Melanzani. Ich liebe Melanzani, aber die braucht ein bisschen Fett, Liebe und Zeit. Die Melanzani tut man generell immer einsolzen und dann trocken dupfen. Weil die viel Wasser hat, aber in diesem Fall machen wir das nicht. Und jetzt schneiden wir einfach da eine schönen Würfel. Aufpassen, weil die Messer sind frisch geschliffen. Und jetzt schneiden wir da einfach schöne Würfel, a la Ratatouille-Gemüse. Bitteschön. Danke. Ohne Finger. Ohne Finger, ja. Ich liebe Olivenöl. Ja, ich koche alles mit Olivenöl. Aber wir sind da in Ville sowieso alles sehr italophil. Genau, kannst du ruhig auftragen. Auf wie viel? Ja, voll Gas. Olivenöl ist halt ja nicht zu heiß. Nein, aber es wird ja, es raucht ja nicht. Es darf nicht rauchen, oder? Nein, rauchen ist es nicht. Genau, rauchen ist kein Vorteil. Jetzt kannst du da schon, da kommen wir rüber nach rauf. So, jetzt haben wir Vollgas. Ich darf noch ein bisschen Olivenöl noch ab. Ja, Olivenöl kann nie genug sein. Nehmen wir Paprika her. Paprika geht ganz schnell, wenn du links und rechts wegschneidest. So, und dann fährst du da rein. Und so tust du quasi das Kerngehäuse. Ist dann mit Anschnitt draußen. So, und dann wieder so die Stücke. Aber Pasta geht immer, oder? Auch bei euch, oder? Die braucht sich immer viel Kohlenhydrate, oder? Ja. Also Pasta ist, vor allem ich liebe Pasta. Aber ein flottes, gutes Essen, das mag fast jeder, oder? Ja. Bei euch wahrscheinlich auch, oder? In der Familie. Wir lieben gutes Essen. Ja, also alles. Ja. Na, wie schaut es so aus mit der Ernährung als Sportler? Was muss man da besonders achten? Fastfood ist einmal wichtig. Ja. Das ist ein No-Go. Nie. Nein, also nur in der äußersten Kurzform verhungern. Okay, also keine Chips und ein Glas Rotwein, so wie ich. Nein, nein, das ist ein No-Go. Vielleicht sollst du das auch mal mit Joghurt verwerfen. Aber Rotwein kann schon gut sein, ja. Aber Joghurt passt zu schlechter Rotwein. Eben. Jetzt muss ich auf Badesfahrt bieten, sozusagen. Nein, entweder oder. Und die Energie holst du einfach ein bisschen durch die Zwischenmahlzeiten, die du noch als Sportler nachher aufkommst. Okay, und wie schauen Zwischenmahlzeiten aus? Was richte ich mir da so? Alles mögliche. Einfach nur einen Borretsch oder eben einen Joghurt. Oder wenn es ganz schnell gehen muss, nur ein Müsli-Regel. Tun wir noch ein bisschen Olivenöl rein, bitte. Dann tun wir da gleich unsere Zwiebel-Knoblauch-Mischung rein. Alles lustiger, ich habe den Zwiebeln, weil wenn die Zwiebel anfangen, ist es egal, oder? Wenn man mit was machen kann. Ja, das wird uns verbrennen. Jetzt ist der so fein gehackt. Ja. Und jetzt haben wir dem Gemüse ein bisschen die Zeit gegeben, dass es ein bisschen den Geschmack entfaltet. Und jetzt kannst du ein bisschen Salz befreuen. Da kommen die Tränen. Du kannst dich ruhig gehen lassen. Also ich werde jetzt einen salzen Treffen übernehmen, nachdem du so beschäftigt bist. Nachdem er sich nicht sieht. Ja. Ich könnte jetzt ein Schiebrollen aussetzen, dann beim Zwiebel anrösten oder schneiden. Jetzt habe ich da Vollgas eingeschalten. Wichtig ist, dass am Boden nichts anliegt. Und dann nehmen wir da das Fleisch her. Wie gesagt, was man gerne hätte, warten wir noch ganz kurz, kann man entweder Rind, Schwein oder gemischt nehmen oder ein Kalbsfraschiertes. Wichtig ist, dass der Fettanteil passt. Genau. Jetzt können wir das, glaube ich, schneiden. Und jetzt machen wir so kleine Krumpalan, quasi so Krümchen. Okay. Und fleischiger bist du keiner? Oder sagst du, nein, jeden Tag eine Fleischmöglichkeit? Nein, nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Ich mag zwischendurch einmal ganz öfter Tage, wo ich einmal keine Fleischmöglichkeit habe. Ja, also flexitarisch sozusagen, bewusster Fleischkursung und Tischkursung. Also, wenn ich in Übung bin mit dem Rezept, wie lange braucht man? Ein Sugo ist halt immer gut, wenn es ein bisschen kuchen darf. Deshalb, ich sage, wenn eine halbe Stunde einreichen ist, kannst du es falsch machen. Ja. So ein bisschen mit dem Ding ein bisschen aussagen, genau. Und zum Ausschauen von der Optik ist es natürlich auch total schön, wenn da so ein buntes Gemüse drinnen ist. Und wie gesagt, wenn man es für die Kinder macht und die da so hacklich sind und kein Gemüse wollen, dann nimmt man ein paar Portionen raus und passiert das. Dann tun wir es tomatisieren. Dann, was mir fallen darf, Rotwein. Wir gehen uns an das Rotwein holen, ja? Und wie ist das Schatz? Da könnte man ein Glas trinken, oder? Ein Glas kommt man schon dazu. Ja, zum Rotwein. Ich hole ein Blatt. Genau. Jetzt tun wir eine. So, das verkauft alles sehr gut. Gut. Jetzt ist da mehr Rotwein drinnen, als wir immer zum Trinken kriegen. Zum Wohle. Zum Wohle auf unser guter Sugo. Auf die Köchin. Mh, herrlich. Sehr gut. Und durch den Rotwein kriegen wir auch eine wunderschöne Feuerwehr zusammen. Und jetzt musst du rösten, rösten, rösten. Wirklich so vom Boden weg. Ah, wieder auf? Genau. So kriegt man eine superschöne Farbe zusammen. Und das ist unbedenklich. Weil mehr da ist, ist es nur das Aroma und die Farbe bleibt. Ein bisschen Majohan können wir schon rein tun. Aber so Kräuter wie Schnittlauch, Petersil, Basilikum, die werden grau und verlieren ihr Aroma. Die tut man erst ganz zum Schluss dazu. Italienische Kräuter wie Thymian, Oregano, Basilikum, das geht immer. Passt immer. Und jetzt schaut es ganz gut aus. Ich würde sagen, jetzt gießen wir auf. Ausschauen tut es gut. Ja, jetzt sollen wir es ein bisschen kochen. Ein bisschen an Thymian ab. Nimmst du es und tust quasi die Blätter rein. Wie gesagt, italienische Kräuter geht immer Rosmarin, Pastelma gut, was man daheim hat. Ich habe total gerne ein bisschen Chili drinnen. Aber nachdem es für die ganze Familie passen soll, auch für die Kinder, tue ich immer für mich extra ein bisschen getrocknete Chilischoten oben auf. Die Nudeln tun wir dann direkt da rein und tun wir es mit dem Sugo vermengen. Hast du dann noch zwei Zwergzeuge für mich? Ja, haus mehr. Sonst mit dem komme ich glaube ich nicht zurecht. Ja, dann passt. Dann werden wir noch was haben für dich. Sehr mild. Ja. Das ist ein bisschen Pepp für ein bisschen. Ja. Was wird das dann dazu tun? Ein bisschen Salz und Pfeffer wieder noch dazu tun. Ein bisschen Majoran kann man noch dazu tun. Was man auch machen kann, ist zum Beispiel diese Parmesan-Rinde. Kann man mitkochen. Ah. Die gibt den Geschmack da jetzt voll fein. Aber super. Das ist super zum Schneiden üben. Da mit dem, was du da mit dem Trick, dass man nicht in die Fingerkuppen schneidet. Na bitte, schaut ja hochprofessionell aus. So, was wir jetzt tun? Herrlich. Herrlich. Ein bisschen Saalefalt noch. Pfeffer noch. So, und dazu können wir jetzt die frischen Kreide rein tun. Die Pasta dauert vielleicht eine Minute noch. Können wir schon rein tun. Das sieht schon schön aus. Und wichtig ist halt, dass die Pasta perfekt al dente gekocht ist. Und nicht zu viel, weil wenn man die jetzt rein tue in die Pasta, das kocht, zieht ja noch ein bisschen nach. Genau. Das soll eben super al dente und immer ein bisschen Pasta was aufheben. Das ist auch ganz wichtig. So. Zirka 220 Gramm. Kostest du noch einmal für uns. Weil jetzt haben wir die Pasta dazu getan. Ja. Und siehst du wie jetzt alles schön benetzt ist? Mhm. Genau. Ja. Oder magst du den unten reinnehmen? Nein, nein. Ich mache das eine Stückchen. Ach so. Das finden wir jetzt nicht mehr. Das lassen wir drin. Dann auch. Wenn du mir da beim Umrühren so zuschaust, denkst du... Denk ich mir, Gott sei Dank muss ich es nicht machen. Ach so, ich habe nicht. Gut, dass es ein Skifahrer geworden ist. Ich würde sagen, richten wir es da an und dann können wir es schon essen gehen. Okay. So kann ich sehen. Und der Pasta muss rauchen. Okay. So wie die da. Irgendwann darf ich es auch. Lassen wir den dabei noch da, oder? Ja, genau. Ich zeige jetzt noch ein bisschen Parmesan drüber. Und ein bisschen Oli, oder? Gutes Olivenöl. So? Ja, genau. Wunderbar. Und dann gehen wir essen, oder? Auf jeden Fall. Ich habe einen Hunger. Fast. Magst du nehmen? Malze. Malze. Bis zum nächsten Mal.